Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen an alle Cowboys und Cowgirls an alle Gringos und Greenhorns an alle Pilger und Pioniere, die sich in unser kleines Nest im Internet hier verirrt haben Ich bin der Sibi Und ich bin der Jörg Und diese Folge widmen wir einem der großen Cowboy-Staaten einem der Staaten, die heute auch immer noch absolut stolz darauf sind das Cowboy-Erbe in sich zu tragen wo es immer noch sehr viele Ranches gibt und die Rinderzucht eine der größten Geschäftszweige ist in diesem Staat Aber Sibi, wir haben doch schon über Texas geredet Wir haben schon über Texas geredet, aber ich rede über den anderen Cowboy-State über den Staat, wo die Leute der Überzeugung sind dass das die wahren und echten Cowboys sind Nicht diese dahergelaufenen Revolverhelden-Texaner Und Arizona Nichts von diesen Grenzgebieten mit den Chili con carne-essenden Sombrero-tragenden Tequila-Trinkern Das ist also auch nicht New Mexico Das ist auch nicht New Mexico Aber wer in letzter Zeit Western in Film und Fernsehen und vor allem in Fernsehen verfolgt hat Und sehen wie Yellowstone oder 1883 gesehen hat Der weiß, wovon ich rede Von den Cowboys, die auch heute noch die Cowboys sind Wyoming Wir reden heute über Wyoming Der als Staatsmotto für sich selber trägt The Equality State Ja, also ein Staat, der sehr viel Wert auf seine Gleichberechtigung setzt Was auch aus der Geschichte erwachsen ist Aber ich meine, Jörg, wenn ich dich mal so vorneweg frage Wenn du den Namen Wyoming hörst, was hast du da im Kopf? Also das Erste, was mir einfällt, ist eine Szene aus der Verfilmung von Cannibal the Musical Es tauchte schon ein paar Mal auf hier in diesem Podcast Wir haben da so eine gewisse Geschichte damit, ja Ja, es gibt diese wunderbare Szene Wo sie Alfred Packer verhören Der eine ganze Zeit lang sich in Wyoming versteckt hat Und da wird gefragt Ja, warum sind sie wieder zurückgekommen? Und seine Antwort war Have you ever been to Wyoming? Und es ist tatsächlich bis heute Einer der am wenigsten Bevölkerung Es ist sogar der Bevölkerungsärmste Staat der Vereinigten Staaten Und zeichnete sich seit jeher davon aus, dass dort mehr Rinder und Schafe Also mehr Schafe als Rinder und mehr Rinder als Menschen leben Ja, um für das, da wir ein deutschsprachiges Publikum haben, hier ein paar Zahlen zu vergleich Wyoming hat ungefähr die Hälfte der Einwohner des Saarlands Ist dabei aber um ein wesentliches größer Ja, ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht, was die Flächenausdehnung vom Saarland ist Aber die Flächenausdehnung von Wyoming Umfasst locker Einmal 250.000 Quadratkilometer Ja, und damit ist es Ziemlich genau Hundertmal so groß wie das Saarland Also so mal so Zum Vergleich Aber um mal so ein Bild von Wyoming Aus der Perspektive Eines typischen Wyomingers Des wilden Westen zu zeichnen Habe ich hier eine Zeitung gefunden, die da so einige schöne Schilderungen liefert Es ist der Laramie Daily Sentinel vom 19. Juni 1874 Und diese Zeitung hat mich besonders deswegen so fasziniert, weil so eine typische Zeitung aus dem wilden Westen sind meistens so vier Seiten ungefähr im DIN A3 Format ziemlich eng spaltig bedruckt Und diese Zeitung besteht zur Hälfte ungefähr aus Anzeigen und zu über einem Drittel Wirklich ein einziges Loblied auf die Großartigkeit von Laramie City Das ja in Wyoming liegt Und Wyoming selbst Jetzt muss man dazu sagen, Laramie City ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal fünf Jahre alt Und hat weniger als 2000 Einwohner Also vielleicht so um die 1500 Einwohner Je nach den Schätzungen vom Zensus Aber was die Zeitung über Laramie City schreibt Laramie City ist eine der schönsten Städte entlang der großartigen transkontinentalen Eisenbahn Und seine Lage ist eine der grandiosesten und pittoreskesten, die auf dem gesamten Kontinent gefunden werden kann Es ist der Verwaltungssitz des Albany County und liegt im Zentrum des Laramie Valley Das fruchtbarste Gebiet des Wyoming Territories Und ist von allen Seiten umgeben von den erhabenen, schneegekrönten Bergen Die das großartige Rückgrat des amerikanischen Kontinents bilden Die Stadt ist gerade einmal fünf Jahre alt Aber sie hat bereits das Erscheinungsbild und genießt all die sozialen, moralischen und intellektuellen Vorzüge einer Ostküstenstadt Die fünfmal so groß ist und bereits ein Jahrhundert alt Hat auch bereits fünf Kirchen Methodisten, Presbyterianer, Baptisten, Episkopale und römisch-katholisch Hat bereits eine Schule und so weiter und so fort Also das mal zu Laramie City Und über Wyoming schreibt, wie gesagt, er hat eineinhalb Seiten dieser vierseitigen Zeitung nur einem Loblied auf Wyoming gewidmet Und über Tiere, Mineralien und Vegetables, also Gemüse von Wyoming Das ist jetzt mal der meinte Pflanzen Schreibt er Keine andere Sektion des amerikanischen Kontinents bietet ein so reichhaltiges Gebiet für den Gebildeten Oder ein so großartiges Feld für den Jäger und für den Pleasure Seeker, also für den Genusssucher wie Wyoming Ja, auch hier nochmal ein Vergleich Laramie City hat heute ungefähr so viele Einwohner wie Neuburg an der Donau Und ja, viele von euch werden Neuburg an der Donau nicht kennen Das hat ungefähr 33.000 Einwohner und ist damit immer noch größer als Laramie heute Wobei, also damit Laramie immer noch mehr als zehnmal so groß ist, wie als ich es da beschreibe Und wohlgemerkt, zu dem Zeitpunkt hat Laramie vielleicht 1.500 Einwohner Ganz Wyoming hat zu diesem Zeitpunkt weniger als 20.000 Ja, und übrigens noch eine Vergleichszahl, weil ich gerade dabei bin und die Listen offen habe Die heutige Hauptstadt von Wyoming, Cheyenne, hat ungefähr so viele Einwohner wie Rosenheim Man darf aber gleichzeitig nicht vergessen, es gab einen Zeitpunkt in der amerikanischen Geschichte Da hat Cheyenne die meisten Millionäre gehabt, die in Amerika vorzufinden waren Und ich meine damit, ein Einwohner von 375 war Millionär Und ich meine jetzt nicht Millionär im 2020er Sinne, ich meine Millionär im 1880er Sinne Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen Wie kommt es dazu, dass wir heute so ein Gebiet, so ein Bild haben Das Wyoming so als ein gottverlassenes Fleckchen Erde bezeichnet Das aber 1870 in den größten Tönen gelobt wird Das geht natürlich noch weiter Also reichhaltig an Mineralien, das Gold liegt auf der Straße Immense Herden an Elchen, Antilopen und Bisons Bären, Hirsche, Pumas, Bergschafe, also Mountain Sheep Das schönste Land auf Erden für den Jäger Für Kranke, ein wunderbarer Kurort und reichhaltig an Mineralien Aber trotzdem hat es da nie wesentlich mehr Leute hingezogen Das ist halt damals schon immer einer der am wenigsten besiedelten Landstriche gewesen Und ist es auch heute noch Also woher entsteht diese Discapanz Bevor wir in die Vergangenheit rollen, vielleicht noch ein bisschen ein Bild zur Gegenwart Das es vielleicht ein wenig unterstützt Ich erzähle mir mal ein bisschen was über das Klima von Wyoming Denn das ist nämlich auch etwas, das sehr viel erklären würde Denn Wyoming ist ein absolutes Binnenland Also es gibt kaum einen Fleck Und ich meine nicht der Vereinigten Staaten Ich meine des gesamten nordamerikanischen Kontinents Der weiter in irgendeiner Form von irgendeinem Meer weg liegt Als Wyoming und Montana, das etwas weiter nördlich ist Und hinzu, es ist vollkommen rechteckig Mal abgesehen davon Ich meine die Grenzen von Wyoming sind sehr willkürlich auf eine Landkarte gezogen worden Da kommen wir aber auch noch dazu Aber das bedeutet im Endeffekt Wyoming und Montana haben die schärfsten Unterschiede zwischen Extremwetterlagen Die in den Vereinigten Staaten anzutreffen sind Wir sprechen hier von einem Sommer, der so an die vier Monate dauert Und der bis zu 32 Grad Celsius In der Regel 32 Grad im Schatten erreichen kann Wo aber innerhalb von einem Tag die Temperaturen bis auf 10 Grad Celsius fallen können Im Sommer, wohlgemerkt Gleichzeitig gibt es extrem harsche, extrem kalte Winter Ich spreche hier von einem Winter, der irgendwann Mitte November losgeht Und bis Mitte März dauert Mit Temperaturen für gewöhnlich in den Ebenen von bis Durchschnittstemperaturen Von minus 8 bis minus 18 Grad Celsius Typischerweise 5 Meter Schneefall im Jahr Und zwischen 9 und 25, also im Sommer, in den Sommermonaten bis zu 12 Tornados im Jahr Und in den Wintermonaten 9 bis 25 Blizzards pro Jahr Und es gab Schneestürme Am 9. Juni 1995 wurde in Wyoming nochmal ein Schneesturm registriert Und dass Ende Mai noch Schnee fällt, ist in Wyoming nichts Ungewöhnliches Ja Also wir sprechen hier also von einem Land der Extreme Und ich glaube, das schlägt sich so auch ein bisschen in der Geschichte des Staates nieder Rollen wir mal nochmal zurück Wyoming fiel an die Vereinigten Staaten im Louisiana Purchase Wir haben den Louisiana Purchase in unserer Folge zur Lewis & Clark Expedition eingehender behandelt Aber im Endeffekt war es so, dass die Franzosen im Jahr 1803 Die Vereinigten Staaten wollten New Orleans von den Franzosen Die New Orleans und eben das, was als Louisiana bekannt war, besiedelt hatten, abkaufen Und völlig überraschend hat Frankreich den Vereinigten Staaten ein Angebot gemacht Dass sie das gesamte Gebiet, das Frankreich zur Kolonisierung für sich beansprucht hat, haben könnten Zum Kauf erwerben Und nach kurzem Verhandeln haben die Vereinigten Staaten das gesamte Louisiana Also das gesamte französische Gebiet von Nordamerika Das nicht bereits in Kanada lag An die Vereinigten Staaten verkauft Allerdings, den größten Teil dieses Gebietes hatten die Franzosen noch nicht einmal selbst betreten Alles, was im Endeffekt westlich des Missouri River lag Und bis an die Rocky Mountains lief Und noch ein bisschen über die Rocky Mountains hinaus Im Endeffekt alles zwischen dem Missouri River und den Rocky Mountains Was das heutige Montana umfasst Was das heutige Wyoming umfasst Was das heutige Arizona umfasst Was das heutige Nevada umfasst Was das heutige North Dakota und South Dakota umfasst All das wurde an die Vereinigten Staaten verkauft Und war noch nicht einmal vernünftig kartografiert worden Von den Franzosen selbst Die ersten Weißen Die das Gebiet, das wir heute als Wyoming kennen Betreten haben Waren vermutlich im Jahr 1743 Die Gebrüder Verendree Die zumindest Es ist im Jahr 1850 Ein Tagebuch aufgetaucht Von einem Chevalier Verendree Der zusammen mit einem seiner Brüder Von der Gegend des heutigen Pierre in South Dakota aufgebrochen sein will Um nach Westen in das heutige Oregon zu ziehen Wir wissen davon, weil tatsächlich 1913 eine Plakette Eine vergrabene Bleiplakette in South Dakota gefunden wurde Die von dieser Reise spricht Und die in Details mit diesem Tagebuch Das 1850 gefunden wurde Übereinstimmt Allerdings ist es keinerlei Route beschrieben Und in diesem Tagebuch wird fragmentarisch Werden Berge beschrieben Und es ist nicht so ganz klar Ob damit die Big Horn Mountains in Wyoming gemeint sind Es könnten auch die Black Hills in South Dakota gemeint sein Oder die Laramie Mountains Die wir gerade so schön in dem Zeitungsartikel von Laramie beschrieben gekriegt haben Also es ist nicht so ganz klar Vermutlich waren sie die Ersten Aber wenn sie es waren, haben sie sich da nicht niedergelassen Und haben auch ihre Reise nicht deutlich beschrieben Falls sie die Ersten waren, waren zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich große Zahl An indigenen Nationen bereits in und um Wyoming vertreten Dazu gehören unter anderem die Arapaho, die Bannock, die Blackfoot-Indiana Die Northern Cheyenne, die Crow Nations, die Grovant, die Chiova, die Nespers, die Sioux Also vor allem Lakota Shoshone, Pawnee und Jude Also eine ganze Reihe unterschiedlicher indigener Nationen Die auch untereinander in den verschiedensten Phasen verfeindet waren So haben sich zum Beispiel die Crow Nations und die Sioux sehr ausgiebig gegenseitig bekämpft Immer wieder über die Jahrhunderte hinweg Nichtsdestoweniger 1803 erwarben die Vereinigten Staaten Wyoming in Louisiana Purchase Die Lewis und Clark Expedition sollte sehr weite Gebiete dieses Louisiana Purchases erschließen Tatsächlich der erste Weiße, der das heutige Wyoming betreten hat Und tatsächlich ausgiebig darüber berichtet und versucht hat Eine gewisse Beschreibung von Wyoming zu erstellen War ein gewisser John Coulter Den wir auch in einer anderen Folge bereits erwähnt haben Nämlich in der Folge zu den Jackalobes und Co John Coulter war ein Trapper, der Teil der Lewis und Clark Expedition war Und dann einigen indianischen Führern nach Norden gefolgt ist Um dieses Gebiet zu betreten, das heute als Yellowstone bekannt ist Und als er dann irgendwann einmal nach Osten in die Gegend zum Missouri River zurückkehrte 1808 Und dort beschrieb, was er da vorgefunden hat Mit den heißen Quellen, die aus dem Boden sprudeln und dergleichen Hat man ihm zunächst nicht geglaubt Weswegen diese Gegend auch erst einmal als Cultures Hölle bekannt war Es ist durchaus zu vermuten, dass vereinzelte kaukasisch-amerikanische Trapper, Fallensteller oder Pioniere Sich in diese Region vorgewagt haben Aber die haben nie irgendwie ihre Vorstöße festgehalten oder kategoriert Es sollte bis zum Jahr 1811 dauern, bis erstmals wieder eine Expedition durch das, was heute Wyoming ist, durchgeführt wird Nämlich 1811 bricht ein gewisser Wilson Price Hunt von der Westküste diesmal aus Oregon in Fort Astoria auf Um Richtung Osten bis zum Missouri River durchzuziehen Und diese sogenannten Astorians, wie sie in der amerikanischen Geschichte gerne genannt werden Sollten einen Pfad sich bahnen und diesen auch festhalten Der später die Grundlage für einen der ganz, ganz großen Siedlungstracks der Vereinigten Staaten werden sollte Hast du eine Vermutung, wie dieser Trail, der von diesen Leuten, die von Oregon aus aufgebrochen sind, später einmal heißen sollte? Gibt ein bekanntes Computerspiel mit dem Namen Auf deren Grundlage sollte später der berühmte Oregon Trail entstehen Weil falls ihr das nicht sagt, macht nichts, ich komme da später noch drauf zu sprechen Aber es ist vielleicht, wenn ich dann so später mal drauf zu sprechen komme, kann man sich diese Information kurz im Hinterkopf behalten Denn wir sind noch lange, lange von einer echten Besiedlung von Wyoming entfernt Aber immerhin, diese Astorians sollten auf ihrem Rückweg eingeschneit werden in Wyoming Ich habe es ja bereits gesagt, es ist ein Gebiet von Extremwetterlagen Und ein gewisser Robert Stewart und einige weitere Angehörige dieser Astorian Party Bauen, um zu überwintern, die erste Blockhütte in Wyoming Also im Winter 1811, 1812 entsteht quasi eine Blockhütte Und das ist die erste von Weißen, wenn man so möchte, gebaute, in Anführungsstrichen dauerhafte Das erste Gebäude, das in Wyoming errichtet wird Okay, ja das passt, das erste in Wyoming gebaute Gebäude ist eine Blockhütte Und das sollte auch das einzige Gebäude für die nächsten zehn Jahre bleiben Denn 1822 geht die Geschichte von Wyoming, also die Besiedlungsgeschichte von Wyoming erst so richtig los Denn 1822, und zwar genau genommen am, Moment Am 13. Februar 1822 veröffentlicht ein gewisser William Henry Ashley In der Missouri Gazette und Public Advertiser eine kurze Anzeige Die lautet im Wortlaut An unternehmungslustige junge Männer Der Unterzeichner wünscht, 100 Männer zu engagieren Um den Missouri bis zu seiner Quelle zu befahren Und dort für ein, zwei oder drei Jahre zu arbeiten Für Einzelheiten erkundigen sie sich bei Major Andrew Henry In der Nähe der Bleiminen im County Washington Der mit der Gruppe reisen und diese anführen wird Oder beim Unterzeichner in St. Louis Gezeichnet William H. Ashley Die Männer, die sich auf diese Anzeige meldeten Sollten in der amerikanischen Geschichtsschreibung als Ashleys 100 bekannt werden Diese Anzeige ist der Grundstein für die Rocky Mountain Fur Company Und Ashleys 100 sollten die ersten Weißen sein Die in den nächsten Jahren dauerhaft oder für einen längeren Zeitraum Das gesamte Gebiet von heutigen Wyoming, Montana und South und North Dakota Bewohnen würden Ashleys Idee war folgende Es gab zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere so Pelzhändler Wie zum Beispiel die Hudson's Bay Company Die entlang von Flüssen oder an festen Standorten Forse errichteten Und wann immer mal ein Trapper oder Scout sich in diese Gegend verirrte Oder auch Indigene kamen Und irgendwie Pelze heute oder andere, naja, Tauschwaren bei sich hatten Konnten die in diesen Forse diese Pelze abliefern Und halt kaufen Und von diesen Orten wurde dann, wenn genügend gesammelt war Die per Wagenladung oder per Boot an die Ostküste gekarrt Das war ein langwieriges Unterfangen Ein sehr mühseliges Unterfangen Und es hat sich in der Regel auch, naja, es war sehr teuer Und hat sich für die einzelnen Trapper in der Regel nicht gelohnt Weil die Trapper mussten oft mehrere hundert Meilen reisen Um zu solchen Forst zu kommen Unter beschwerlichsten Bedingungen Wo es keine festen Wagenrouten gab Über lange Strecke keine Flussrouten Oder sonst irgendwelche Wasserrouten Da kann man in der Regel ja nicht viel an, naja, Warenladung mitnehmen Um es irgendwie zu tauschen oder einzuhandeln Ashleys Idee war es sozusagen Diesen Mittelsmann oder diese Vorposten zu eliminieren Seine Idee war es, gleich Trapper zu beschäftigen Im Namen der Company Diese Indie-Wildnis rauszuschicken Dort sollten sie sich dann auch Indigene rekrutieren Oder diese ermutigen, ebenfalls Tauschhandel zu machen Und Ashleys selber würde einmal im Jahr An einem sogenannten Rendezvous-Punkt Diese Leute treffen Dieser Rendezvous-Punkt war an einer Flusskreuzung In dem heutigen Wyoming Und die Trapper bringen einfach Das, was sie im Laufe von ein, zwei, drei Jahren Sich erarbeitet haben Nach und nach an diesen Rendezvous-Punkt Von dort wird es dann auf Karren oder auf Floße verladen Und gen Osten geschickt Das heißt also, statt irgendwie, dass die Trapper zu den Forst kommen Kommen sozusagen die Händler im Forst zu den Trappern Direkt in die Wildnis Direkt dorthin, wo es jede Menge Bären Jede Menge Mountain Sheep Also Widder, Mufflons oder wie sie heißen Gibt, jede Menge Antilopen Und was es denn alles in diesem Gebiet gibt Denn Wyoming war sehr reichhaltig an jagbarem Wild Und es ist auch heute noch einer der reichhaltigsten Staaten Der Vereinigten Staaten Und diese sogenannten Mountain Men Diese Bergmänner Lebten in der Wildnis Teilweise auch sehr eng mit den verschiedenen Indianernationen zusammen Sehr viele nahmen sich dann auch eine indigene Frau Sie hatten allerdings dann auch sehr viel Auch durchaus auch mal Konflikt mit unterschiedlichen Indigenen Wie gesagt, die einzelnen Nationen lagen ja auch untereinander in Konflikt Und da gerieten die Trapper Mal gerieten sie ins Kreuzfeuer Mal waren die Trapper die Aggressoren Die Streitigkeiten ausgelöst haben Also es war eine raue Zeit Ein raues Klima Und die Leute mussten sich da sich selbst behelfen Falls du den Film The Revenant gesehen hast Der Wiederkehrer mit Leonardo DiCaprio Diese Trapper Diese Mountain Men Die in dem Film gezeigt werden Das waren die Leute von William Ashley's Rocky Mountain Fur Trading Company Tatsächlich Die Geschichte von Hugh Glass Die in dem Film geschildert wird Basiert auf einer wahren Geschichte Die sich wirklich zugetragen hat Das hat jetzt mit Wyoming wenig zu tun Wer uns auf Kofi supportet Und wir erzählen mal die Geschichte von Hugh Glass Dem Mann, der in der Wildnis von einem Grizzly angefallen wurde Und überlebt hat Und sich aus der Wildnis Den Weg zurück in die Zivilisation bahnen musste Da erzählen wir in einer Bonusfolge auf Kofi mehr drüber Aber auf jeden Fall Ashley's Rocky Mountain Fur Trading Company Sollte sehr essentiell sein Und sollte quasi die erste Wenn man so will Präsenzweiße Zivilisation In dem Gebiet des heutigen Wyoming's Und auch in den heutigen Dakotas sein Diese Männer der Rocky Mountain Fur Trading Company Entdecken dann auch als erste Einen Pass Den sogenannten South Pass Durch die Rocky Mountains Der zumindest in gewissen Monaten Auch mit Wagen passierbar ist Der erste Der tatsächlich einen Wagen Durch diesen South Pass fährt Ist 1832 ein gewisser Captain Bonneville Der dann auch einen Ein Fohr Vor Bonneville in Wyoming errichtet Das dann auch Eine dauerhafte Pelzhandelsanlaufstation Werden sollte Also die Rocky Mountain Fur Trading Company Hat dazu den Weg gebahnt Aber etwa ein Jahrzehnt später Entstehen da auch dauerhafte Fohrs Wobei man sich diese Fohrs oft Nicht so vorstellen darf Wie in Westernfilmen Also wenn man in Westernfilmen Von einem Fohr redet So Schatz im Silbersee Dann ist ein Fohr im Endeffekt Ein komplett eingezäuntes Gebiet Mit hohen Holzpalisaden Großen Wachtürmen Und einem riesigen hölzernen Tor Komplett eingeschlossen Diese Fohrs waren oft Eigentlich in Anführungsstrichen Nur offene Fohrs Schon mit Gebäuden Schon mit Wachposten Und dergleichen Aber sie hatten In der Regel keine Zäune Oder dergleichen Wenn dann hatten sie vielleicht Irgendwie so befestigte Wachposten Wo sie jemanden mit einem Gewehr Gut positionieren und Wache halten konnte Aber das war es dann auch schon Demgemäß konnten solche Fohrs Auch sehr leicht überrannt werden Wenn die Sachen mal brenzlig wurden Im Jahr 1834 Entsteht dann An der Stelle Wo dann Ungefähr 50 Jahre später Laramie City entstehen sollte Die erste permanente Siedlung In Wyoming Erst heißt es For William Später erhält es dann Den Namen For Laramie Das gerade Zu einem günstigen Zeitpunkt entsteht Denn Im Jahr 1834 Beginnt So langsam Sich der Gedanke Der Manifest Destiny In den Vereinigten Staaten Durchzusetzen Diese Idee Dass es die Aufgabe Der Vereinigten Staaten Von Amerika wäre Die Fackel der Zivilisation In alle Teile Und alle Bereiche Von Amerika Zu tragen Und dementsprechend Entsteht erstmals Eine gewisse Westwärtsbewegung Um Ost- und Westküste In irgendeiner Form Besiedlungstechnisch Zu verbinden Und da liegt dann For Laramie In Wyoming Gerade recht Weil das Wirklich auf eine Distanz Von mehreren hundert Meilen Die einzige weiße Permanente Siedlung ist Die da zwischen Den verschiedenen Staaten Diesen weiten Ebenen Die noch nie mal Noch nie mal Territorien Zu diesem Zeitpunkt sind Liegen Und ich möchte jetzt vorgreifen Aber For Laramie Wer sich mit amerikanischer Geschichte Vor allem der Geschichte Des Westens beschäftigt hat Bei dem sollten Jetzt schon die Ohren klingen In diesem Zusammenhang Entsteht dann Ab den 1840ern Der sogenannte Also eigentlich schon In den 1830ern Anfänglich so ein bisschen Aber spätestens Ab den 1840ern Endgültig Der Oregon Trail Der Oregon Trail Ist eine gigantische Siedlungsbewegung Von Osten nach Westen Bis in Also meistens ausgehend Vom heutigen Nebraska Oder Missouri Es gab mehrere Startrouten Und auch mehrere Parallelrouten Also es gab in der Regel Eigentlich den einen Oregon Trail Das was die meistens Gemeinsam hatten Ist dass sie ab einem Gewissen Zeitpunkt In Wyoming Zusammen liefen Um eben am sogenannten South Pass Die Rocky Mountains Zu überqueren Wobei es da auch Einige Nebenpfade gab Die aber meistens Deutlich riskanter waren Und ab 1836 Zogen Meistens organisiert Von Independence Ins Missouri Die ersten Wagenzüge Über Vor Hall In Idaho Weiter bis sie Schließlich irgendwann Willamette Valley In Oregon An der Westküste Erreichten Von diesem Zeitpunkt An ungefähr Also von 1836 Bis ungefähr 1896 Sollten insgesamt Geschätzt 400.000 Siedler Farmer Goldsucher Angehende Rinderzüchter Und andere sonstige Geschäftstreibende Zusammen mit ihren Familien Diesen Oregon Trail Bereisen Und quasi Diese große Siedlungsbewegung Westwärts Anstoßen Einige von ihnen Bleiben auch Unterwegs In Anführungsstrichen Auf der Strecke Und beschließen Nicht weiter westwärts Zu ziehen Sondern sich gleich An Ort und Stelle Niederzulassen Da melden sich dann Auch die ersten Siedler von Wyoming Mit raus Aber die allermeisten Ziehen tatsächlich In dieser Zeit Erstmal weiter Und versuchen ihr Glück An der Westküste Spätestens ab Dem Jahr 1849 Denn dort wird In Kalifornien Eine großartige Wichtige Entdeckung gemacht Der Fund von Gold Und damit der Beginn des großen Goldrauschs Richtig Und mit dem Beginn des großen Goldrauschs Beginnt der Siedlungstrack Über den Oregon Trail Eine massive Zunahme zu sehen Also massiv Mehr Siedler Reisen dadurch Durch dieses Gebiet Das in den Jahrzehnten Zuvor Wie ich bereits Gesagt habe Eigentlich nur Pelzhändler Und Fallensteller Bereist haben Jetzt ist es so Der angehende Farmer Oder der angehende Betreiber Eines Gemischwarenladens Ist jetzt nicht so Versiert Mit dem Leben In der Wildnis Mit extremen Witterungsbedingungen Wir reden hier Wie gesagt Von 5 Monate Langen Wintern Wo die Temperaturen Auf bis zu Minus 19 Grad Fallen können Wo Blizzards Einbrechen können Die mindestens 3 bis 4 Stunden Und oft 12 bis 24 Stunden Oder gar mehrere Tage Weil mehrere Blizzards hintereinander Eintreffen Dauern können Und die Zunehmenden Siedlungstrecks Missfallen auch Zunehmend Den Indigenen Die in dieser Gegend wohnen Denn die Siedler Die Siedler die da Durchziehen Haben in der Regel Wenig Anlaufstätten Um sich zu versorgen Und fangen deswegen an Fleißig in der Gegend Rum zu jagen Was den Wildbestand Drastisch dezimiert Die verschiedenen Natives Die Crow Nations Die Lakota Die Arapaho Haben in der Gegend Ja meistens Die sonst rausschneiden Die sie gerade Mitnehmen können Und ansonsten Das restliche Wild Verenden lassen Was natürlich Den Indigenen Ebenfalls nicht gefällt Und es kommt zu Immer mehr Übergriffen Einerseits von Siedlern Gegenüber Natives Aber eben auch von Natives Die zunehmend Diese Siedlungstrecks Angreifen Die Vereinigten Staaten Sehen sich daher In Anführungsstrichen Genötigt Um die Sicherheit Dieser Siedlungstrecks Zu garantieren Mehrere Forts Zu etablieren Und unter anderem Wird das ursprünglich Zivile Vor Laramie 1849 Zu einem Militärposten Umfunktioniert Nämlich dem Militärischen Vor Laramie Explizit Zu diesem Zweck Zivilisten Entlang des Oregon Trails Zu beschützen Und Zivilisten Einen sicheren Anlaufhafen Als Zwischenstation Entlang dieses Oregon Trails Zu geben Die Militärpräsenz In diesem Gebiet Facht allerdings Die zunehmenden Animositäten Mit den indigenen Nationen Nur noch mehr an Also während Einerseits Es Indigene gibt Die durchaus auch Sich als Scouts Anbieten Und friedlich mit den Siedlern Versuchen zu koexistieren Nehmen andere Diese Präsenz Diese Militärpräsenz Als Affront auf Und wird das Ganze Noch zusätzlich Anfachen 1852 Sollte übrigens Die Massenimmigration Über den Oregon Trail So den Höhepunkt erreichen Und 1852 Und 1852 Und 1852 wird auch Vom Kaplan Von Fort Laramie In Laramie Die erste Schule Errichtet Lustigerweise Sollte daraufhin Laramie auch Für die nächsten 100 Jahre Das akademische Zentrum Von Wyoming Bilden Denn da wird ja auch Die erste technische Hochschule Errichtet Beispielsweise Man versucht sich Trotzdem zu Verständigen Tatsächlich 1851 wird mit Diesen Plains Indians Also den Northern Cheyenne Den Arapaho Den Lakota Sioux Und den Crow Nations Ein erster Vertrag Etabliert Der sicherstellen Soll Dass Keine weiteren Indianer Überfälle Auf Siedlungstracks Stattfinden Und gleichzeitig Sicherstellen Soll Dass die Siedler Sich nur Entlang Dieses Trails Bewegen Und nicht Weiter im Norden Oder weiter Im Süden Siedeln Also die Alles was Nördlich Des Oregon Trails Liegt Soll laut Diesem Vertrag Den Plains Indiens Zugesichert Sein Denn gerade Dort sind Eben diese Jagdgründe Für die Bison Herden Die gerade Im Winter Und in den Sommermonaten Für die Indigenen Extrem wichtig Sind Wir reden In dieser Zeit Noch von Sehr Viel Mehr oder Weniger Nomadisch Lebenden Nationen Die Sich in den Wintermonaten Ein Winterquartier Suchen Wo es Milder Ist Und Angenehmer Ist Als Minus 19 Grad Aber Dann In den Sommermonaten Kommen Sie In diese Fruchtbaren Gebiete Und Da ist Wyoming Besonders Beliebt Bei Sehr Vielen Unterschiedlichen Nationen Und Diesen Sozusagen Die Heiligen Und Wichtigen Jagdgründe Und Die Werden Eigentlich In dem Vertrag 1851 Den Plains Indianern Zugesichert Dieser Friede Hält Gerade Einmal Drei Jahre Denn Im Jahr 1854 Kommt Es Zum Sogenannten Gretton Massacre Der Auslöser Für Einen Der Ersten Großen Indianer Kriege Der Amerikanischen Staatsgeschichte Ist Also Nicht Der Britischen Siedlungsgeschichte Oder Der Französischen Siedlungsgeschichte Sondern Einer der Großen Indianerkriege Der Vereinigten Staaten Nämlich Der Erste Sioux Krieg Zwischen den Vereinigten Staaten Und Verschiedenen Stämme Der Lakota Sioux Der wurde Am 19. August 1854 Ausgelöst Was Passierte War Dass Soldaten Der Vereinigten Staaten In Ein Zwischen Camp Der Lakota Sioux Kamen Nämlich Der Sijangu Lakota Weil Diese Indigenen Beschuldigt Wurden Eine Kuh Aus einem Siedlungstrack Erschossen Und Verschleppt Zu Haben Kam Daraus Immer Wieder Mal Vor Wir Hatten Das Daraus Auch Mal Die Lakota Sioux Zumindest Zu diesem Zeitpunkt Oder Auch Die Crow Nations Zu Zeitpunkt Hatten Kein Konzept Dass Ein Bison Zum Beispiel Also Ein Rind Einer Einzelnen Person Gehören Würde Sondern Das war Einfach Jagdbares Wild Ja Ja Das Es Bei den Indigenen Dieses Prinzip Von Persönlichem Besitz Von Natürlichen Ressourcen Nicht Gab Hatten Wir Schon Mal In Anderen Folgen Ich Wohlgemerkt Dieses Konzept Sollte sich Später Durchsetzen Es Es gibt Ab Den 1860ern Gerade Bei den Cheyenne Auch Große Indigene Rinder Züchter Große Cheyenne Rinder Züchter Die Riesige Herden Gehalten Haben Aber Wir Reden Hier Noch Von Mitte der 50er Jahren Und Von diesen Plains Indiens Die Nomadisch Leben Und Da existierte Dieses Konzept Nicht Jedenfalls Es Ist Oder Ein Crow Oder Northern Cheyenne War Für die War Das Einfach Nur Ein Indianer Jedenfalls Ein Trupp Soldaten Der US Armee Unter Begleitung Des Örtlichen Indianer Agenten Betraten Ein Camp Der Si Changu Lakota Eben Wegen Dieses Vorfalls Wegen Der Erschossenen Kuh Was Genau Dann Vorgefallen Ist Da Gibt Es Unterschiedliche Schilderungen Zwischen Den Lakota Und Der US Army Jedenfalls Kam es Zu Einer Auseinandersetzung Bei der Einer Der Soldaten Den Ansässigen Häuptling Der Si Changu Mato Wahyu Ich hoffe Ich spreche es Richtig aus Falls Die Lakota Sprache Beherrscht Bitte Korrigiert Mich Chief Mato Wahui Übersetzt Conquering Bear Der Häuptling Wurde Von Einem Der Soldaten Erschossen Woraufhin Die Si Changu Lakota Ebenfalls Zu Den Waffen Griffen Und Insgesamt 29 Soldaten Der US Armee Töteten Darunter Den Kommandierenden Periode Der Indianerkriege Vom Zaun Brechen Dieser Erste Sioux Krieg Sollte Auch Von 1854 Bis 1856 Dauern 1857 Einigt Man Sich Dann Vorläufig Erstmal Wieder Auf Einen weiteren Vertrag Auch Mite Miteinander Miteinander Krieg Führenden Indigenen Nationen De Dementsprechend Dementsprechend Wären Für diesen Posten Vorzugsweise Junge Ungebundene Unverheiratete Und idealerweise auch verwaiste Männer Gesucht Die Eben Nicht viel Zu Verlieren Haben Und die Bereit Sind Diese Gefährliche Route Auf sich Zunehmen Um Post Pakete Briefe Nach Oregon Oder Kalifornien Hindurch Von Nebraska Iowa Oder Missouri Aus Zu Transportieren Der Ponding Express Sollte Nicht Lange Bestehen 1861 Wird Bereits Die Transkontinentale Telegrafen Leitung Verendet Die Geht Auch Durch Wyoming Durch Und 1862 Wird In Wyoming Vor Halleck Begründet Das Den Sogenannten Overland Trail Markiert Der Overland Trail Ist Eine Kutschstation Die Eben Jetzt Auch Einen Post Kutschendienst Durch Wyoming Richtung Oregon Anbietet Ist Auch Bekannt Als Der Cherokee Trail Ein Wetteres Sehr Blutiges Kapitel In der Geschichte Von Wyoming Ist 1863 Der Sogenannte Bozeman Trail Bozeman Trail Ich Kürze Das Ganze Mal Tatsache Ist Nämlich In den 1860er Jahren Wurde Im Norden Im Benachbarten Montana Territory Wir Haben Es In der Wunde Gemacht Es war In den 1860ern Ab 1861 Herrschte Der Amerikanische Bürgerkrieg Militär Das Darauf Geachtet Hätte Dass Verträge Mit Indigenen Eingehalten Würden War Gerade Mit Anderen Dingen Beschäftigt Nämlich Mit dem großen Bruderkrieg Zwischen den Staaten Und Ein Unternehmungstüchtiger Mann Könnte man Sagen Namens John Bozeman Nahm es Auf Sich Eine Schneise Zu Schlagen Einen Pfad zu Bahnen Der Ausgehend Von Fort Laramie In Wyoming Geradewegs Nordwärts Bis in die Reichhaltigen Goldfelder Von Virginia City In Montana Territory Einen Weg Bahnen Sollte Rein Topografisch Gesehen War Das Eine Gute Sache Denn Dieses Gebiet War Reichhaltiges Weideland Dieses Gebiet Hat Mehrere Flüsse Oder Wasserstellen Wo man Vieh Oder Pferde Tränken Könnte Es Schnitt Allerdings Mitten Auch Durch Das Gebiet Das Vertraglich Den Plains Indianern Zugesichert War Dass Das Kein Weiß Dadurch Kreuzen Sollte Hinderte Aber Die Leute Nicht Daran Den Ruf Nach Gold Im Fernen Kalifornien Schon Nicht Folgen Konnten Und Jetzt Gerade Zu Den Ruf Von Gold Im Näher Gelegenen Montana Hören Konnten Und Dieser John Bozeman Bahnte Also Einen Trail Eine Schneise Mitten Durch Das Eigentlich Den Indigen Zugesicherte Gebiet Was Die Feindseligkeiten Der Plains Indianer In diesen Zeiten Nochmal Enorm Zu 1863 Haben Bozeman Und Sein Partner John Jacobs Diesen Weg Schon So Ausgebahnt Dass Er Passierbar Wäre Für Planwagen Und Der Gleichen John Bozeman Sollte Auf Diesem Bozeman Trail Ums Leben Kommen Die Schuld Wurde Schnell Den Indianern In Schuhe Geschoben Tatsächlich Hat Ihn Wohl Sein Partner Ermordet Weil Das ganze Gold Für Sich Behalten Wollte Nichtsdestoweniger Der Ruf Nach Gold Bleibt Laut Und Die Weißen Lassen Sich Auch Von Den Zunehmenden Indianischen Feindseligkeiten Nicht Abschrecken 1864 Bahnt sich Ein Siedlungstreck Mit 2000 Siedlern Bereits Den Weg Von Laramie City Aus Richtung Norden Richtung Montana Durch Diesen Bozeman Trails Und Diese Siedlungstracks Werden Natürlich Permanent Von Indianern Überfallen Hitler Sie Rufen Die US Armee Um Hilfe An Ja Klar Natürlich Und Die US Armee Leistet Dem Als Dann Der Amerikanische Bürgerkrieg 1865 Endet Und Die US Armee Jetzt Ein Riesiges Stehendes Heer Hat Aber Keinen Feind Mehr Den Sie Damit Bekämpfen Können Und Die Jetzt Eine Aufgabe Suchen Für All Die Vielen Veteranen Aus Fünf Jahren Bruderkrieg Ja Tut Einen Teil Dieser Soldaten Abordnen Und Lässt Drei Fours Entlang Des Bozeman Trails Errichten Um Eben Diese Siedlungstracks Zu Beschützen Im Direkten Widerspruch Zu Dem Eigentlich 1857 Mit den Plains Indiens Geschlossenen Verträgen Das Führt Zu einem Weiteren Großen Indianerkrieg Der Wird Auch Gerne Als Red Clouds War Bezeichnet Benannt Nach Dem Häuptling Der Oglala Lakota Nammes Red Cloud Der Einen Groß Angelegten Und Langjährigen Krieg Mit Vielen Hinterhalt Artigen Überfällen Und der Gleichen Macht Und Es ist Auch Tatsächlich So Die Armee Hat Drei Force Im Indigenen Gebiet Gebaut Die Eigentlich Im Widerspruch Zu den Verträgen Stehen Um Siedler Zu Beschützen Es Müssen Soldaten Geschickt Werden Um Zum Beispiel Heu Zu Schneiden Um Das Vieh Füttern Zu Können Soldaten Müssen Zivilisten Beschützen Die Das Heu Schneiden Wollen Solche Truppen Werden Überfallen Am 1. August 1867 Zum Beispiel Werden 19 Soldaten Und 6 Zivilisten Die Zu diesem Zweck Ausgezogen Waren Von Oglala Lakota Niedergemäht Im wahrsten Sinne Das Ein Anderer Kampf In diesem Indianerkrieg Ereignet sich Im Dezember 1866 Der Sogenannte Wagon Box Fight Der Symbolisch Ist Da Wird Ein Siedlung Track Mit Planwagen Überfallen Die sich Dann Eben So In einem Kreis Zusammen Bauen Um Die Planwagen Einen Kreis Bilden Um Die Indigenen Krieger Abwehren Zu Können Der Klassiker Den So Ken Bei Also In Diesen Drei Forts Gibt Zahlreiche Fälle An Desertieren Und Meutereien Zu Beklagen Und Weil Diese Posten Auch Komplett Isoliert Und Man Könnte Sagen Umgeben Vom Feindes Land Waren Schlägt sich Auch Sogenannt Präriefieber Bei den Leuten Durch Die Leute Werden Wahnsinnig Einfach Die Dauerhafte Stress Situation Umzingelt Von Potenziellen Feinden Von denen Man Nie Weiß Wann Sie Kommt Und Weit Und Breit Keine Andere Zivilisation Mit Der Man sich Austauschen Könnte Das Schlägt Also Auf Depressionen Nieder Und Manche Leute Leiden Dann Wohl Auch Unter Waren Vorstellungen Unter diesen Voraussetzungen Sind Diese Vorsicht Nicht Allzu Gut Zu Halten Und Schließlich Wird Im Jahr 1868 Der Vertrag Von Fort Laramie Geschlossen Der Abermals Das Gebiet Um Den Powder River Abermals Als Jagdgründe Für Die Lakota Und Deren Verbündete Die Northern Cheyenne In erster Linie Vertraglich Zusichert Was auch Ungünstig Ist Denn Das Powder River Country Ist Auch Von den Arapaho Und Anderen Stämmen Die Nicht Unbedingt Freundschaftlich Mit den Lakota Sioux Verbunden Sind Beansprucht Aber Das Interessiert Erstmal Die Vereinigten Staaten Zu diesem Zeitpunkt Nicht Erstmal Ist Wieder Frieden Geschlossen Mit Den Natives Die 1860er Sollten Allerdings Auch Einige Andere Wichtige Bedeutende Bewegungen Für Wyoming Mit sich Bringen Im Jahr 1866 Ist Ein Gewisser Nelson Story Senior Der Erste Der Tausend Rinder Von Texas Longhorns Über Diesen Bozeman Trail Durch Wyoming Durchtreibt Er Treibt Sie Weiter Bis Nach Montana Hoch Aber Das ist Der Erste Große Rinder Track Von Texas Nach Montana Hoch Und Ist Auch Die Erste Größere Präsenz Von Rindern In Wyoming Was Aber Für Wyoming Für Die Rinder So Richtig Interessant Macht Ist 1867 Als Union Pacific Railroad In Wyoming Eintrifft Wir Haben Es In einer eigenen Folge Transkontinentalen Eisenbahn Behandelt Die Route Durch Wyoming Wurde Nicht Unbedingt Von Union Pacific Railroad Gewählt Weil Es Eine Gute Schnelle Oder Direkte Strecke Gewesen Wäre Um Die Eisenbahn Da Durchzulegen Die Eisenbahn Wurde Eben Für Anzahl An Meilen Verlegte Schiene Bezahlt Und Nicht Für Die Geschwindigkeit In der Sie Die Strecke Gebaut Hätten Und Deswegen Sind Prospektoren Auf Die Idee gekommen Cheyenne Würde sich Sehr Gut Anbieten Also Cheyenne In Wyoming Würde sich Sehr Gut Anbieten Für einen Brücken Bahnhof Denn Von Dort Aus Kann Man Auch Sehr Gut Großgelegene Wasser Bazaars Erreichen Man Kann Die In Albany County Liegenden Kohleflöze Erreichen Die Dort Gefunden Wurden Was Alles Sehr Gut Und Günstig Ist Für Eine Eisenbahn Und Deswegen Entsteht Am 14. November 1867 Mit dem Eintreffen Der Ersten Dampflokomotive Die Städtchen Cheyenne Das Bereits Im Jahr Darauf Zwischen 3000 Und 4000 Siedler Für sich Beanspruchen Kann Und Damit Geht Die Besiedlung Von Wyoming Erst So Richtig Los Man Könnte Sagen Es Basiert Alles Auf einem Riesigen Betrug Man Könnte So Sagen Wer Mehr Zu Diesem Riesigen Betrug Hören Möchte Kann sich Unsere Folge Transkontinentalen Eisenbahn Besser Vornehmen Jedenfalls Jetzt wird Wyoming Erst So Richtig Interessant Und Schlägt Auch Erst So Richtig Auf dem Radar Der Amerikanischen Regierung Auf Die Irgendwie Meinen Wir Haben Hier Diesen Riesen Flag Immer Noch Zwischen Nebraska Und Oregon Der Kein Verwaltungszentrum Hat In dem Es Vielleicht Versprengte Forst Gibt Und Ein paar Städtchen Die Aber Bereits Tausende Von Einwohnern Haben Und Deswegen Wird Im Jahr 1868 Genau Am 25. Juli 1868 Das Wyoming Territory Formell Begründet Im Endeffekt Fünf Linien Durch Dieses Quadrat Hindurch Auf einer Landkarte Eingezeichnet Wurde Ja Was Auch erklärt Warum Es Quadrat Ist Oder Rechteckig Ist Ja Der Erste Gouverneur Von Wyoming Ist Ein Republikaner Denn 1868 Ist Ulysses S. Grant Gerade Frisch Zum Präsidenten Geworden Und Wie Wir Es In der Folge Mit dem Präsidenten Besprochen Haben Nach dem Spoils System Werden Günstlinge Die Bei Wahl Des Präsidenten Sehr Hilfreich Waren Bevorzugt Für Hohe Ämter Eingesetzt Und Solche Republikanischen Günstlinge Werden Also Auch Als Erstes Als Gouverneur Oberster Staatsanwalt Und Schatzmeister Von Wyoming Eingesetzt Besagter Staatsanwalt Ein Gewisser Joseph M. Kerry Braucht Auch Nur Wenige Tage Er Trifft Im Mai 1869 Ein Und Nur Kurz Nach Seinem Eintreffen Verkündet Er Bereits Dass Der 14. Verfassungszusatz Selbstverständlich Auch In Wyoming Territory Anwendung Findet Und Dementsprechend Ehemalige Sklaven Oder Afroamerikaner Volle Bürgerrechte Genießen Und Dementsprechend Auch Formell Wählen Dürfen Das Stößt Tatsächlich In Wyoming Erstmal Auf Widerstand Denn Diese Leute Die Da Quasi Jetzt Als Regenten Von Wyoming Eingesetzt worden Sind Nie Formell Gewählt worden Und Proklamieren Gleich mal Dinge Ohne Dass Die Leute In Wyoming selber Gefragt worden Wären Und Deswegen Bildet sich Sehr schnell Eine Gruppierung Demokraten in Wyoming Die Auch bei der ersten Senatswahl in Wyoming nahezu alle Sitze gewinnt Entschuldigung Ich habe Senat gesagt Ich meine natürlich den Kongress von Wyoming Der Kongress von Wyoming hatte 22 Sitze und alle waren Demokraten Der Gouverneur war allerdings vom Präsidenten eingesetzt und der war Republikaner Diese Demokraten konnten Ein Historiker hat es gesagt Der Sprecher dieser 22 Demokraten war ein ungebildeter gebürtiger Mann aus Virginia der ein gewisser William Bright der mit Dunkelhäutigen nichts anfangen konnte Der war ein Saloon Besitzer im westlichen Wyoming Terripory in South Pass City Allerdings sagt man sehr sehr gern Der hat nach außen den starken Mann markiert aber nach innen im eigenen Haus hatte seine Frau die Hose an Eine gewisse Julia Bride Und diese 22 Demokraten fassen jetzt also einen Plan um die Republikaner zu brüskieren Wie es später einer zitiert soll einer dieser Demokraten gegenüber der Zeitung zum Ausdruck gegeben haben verdammt nochmal wenn die Republikaner den Zitat Niggern und Schweineschwänzen also den Chinesen die Stimme geben wollen dann holen wir doch auch gleich die Frauen dazu Ah okay ich glaube er hätte sich das anders gemeint als es da gekommen ist ja also die Sache ist die die es sind 1870 stehen die nächsten Gouverneurswahlen offiziell an und die Demokraten fassen den Plan den republikanischen Gouverneur lächerlich zu machen und reichen einen Antrag ein formell der Schwarzen und Chinesen die Stimme geben soll und auch den Frauen der Plan ist nämlich folgendermaßen formuliert auch wenn es heute gern anders dargestellt wird aber der Plan ist folgendermaßen formuliert die Demokraten setzen darauf wenn die Republikaner schon den Schwarzen die Stimme gehen wollen kommen wir Demokraten denen jetzt zuvor und machen einen Antrag der den Schwarzen die Stimme geben soll aber auch Frauen und Chinesen das heißt also dieser Antrag soll für die Republikaner so unattraktiv gemacht werden dass dem republikanischen Gouverneur in den Augen der Demokraten nichts anderes übrig bleibt als gegen diesen Vorschlag zu stimmen und quasi sein Veto einzulegen und damit das Wahlrecht Die Demokraten sehen das als Win-Win-Situation denn wenn der republikanische Gouverneur sein Veto einlegt dann wird er brüskiert und macht sich quasi in allen Augen lächerlich wenn er dagegen den Antrag annimmt dann können sich den Demokraten damit brüsten den Schwarzen und den Frauen das Wahlrecht gegeben zu haben man will sich allerdings doch ein klein bisschen damit absichern denn bevor das Ganze im Kongress am 10. Dezember 1869 zur Wahl kommt wird am 7. Dezember das besagt dass nur Männer in Gerichtsschurys sitzen dürfen das heißt also so ganz will man den Frauen doch nicht alle gleichen Rechte gewähren aber am 10. Dezember 1869 kommt es dann dazu und nach mehreren verschiedenen Anpassungen so dürfen Frauen erst mit 21 wählen wird dieses Gesetz tatsächlich im Kongress von Wyoming verabschiedet ok didn't work out as intended I guess Ja genau denn der eingesetzte Gouverneur John A. Campbell tut nämlich jetzt etwas womit die Demokraten nicht gerechnet haben er lässt sich einige Tage Zeit und unterschreibt dann schließlich dieses Gesetz und macht damit das Wyoming Territory zum ersten Gebiet in den Vereinigten Staaten in dem Frauen offiziell wählen dürfen im September 1870 finden dann die ersten Wahlen statt ungefähr 1000 Frauen sollen an die Urnen gegangen sein und gewählt zu haben laut Zensus hatte Wyoming 1870 9.118 Einwohner Indigene nicht mitgezählt und die Demokraten erleiden ein bisschen eine Schlappe denn die Mehrheit der Frauen wählt republikanisch die Mehrheit der Frauen wählt den Mann der ihnen das Wahlrecht gegeben hat nicht für die Partei die das Ganze als versucht hat als politischen Winkelzug einzusetzen Ja Man könnte sagen für die Demokraten ging der Schuss nach hinten los Also natürlich wird Wyoming dann vor allem bei der im Entstehen begriffenen Suffragettenbewegung enorm gefeiert und Wyoming sollte dann auch weitere Premieren für die Frauenrechte feiern im Jahr 1870 So wird beispielsweise 1870 der erste weibliche Gerichtsdiener eingesetzt in Laramie eine gewisse Mary Atkinson und in South Park City ebenfalls 1870 wird der erste weibliche Friedensrichter eingesetzt nämlich Esther Hobart Morris Ebenfalls werden mehrere Frauen in dieser Zeit vom Gouverneur als Notare zertifiziert und berechtigt und tatsächlich obwohl es eigentlich das Gesetz gab das dagegen sprechen würde gibt es 1870 und 1871 zweimal Fälle wo Frauen in Laramie City tatsächlich in Juries bei Gerichtsverhandlungen sitzen Es wird auch immer so getan niemand hätte daran gerüttelt und tatsächlich ist es aber so dass die neu gewählte Legislative im Kongress 1871 bereits versucht das Frauenwahlrecht wieder zu kassieren vor allem die sitzenden Demokraten die noch über die Midterms hinweg ihre Ämter beibehalten haben wollten jetzt dieses Gesetz wieder kassieren haben quasi ein Gegengesetz eingelegt das den Frauen das Wahlrecht wieder wegnehmen sollte und diesmal hat der republikanische Gouverneur sein Veto eingelegt das Wahlrecht bleibt ich meine es wäre schön blöd von ihm gewesen dass er quasi die Wahl gewonnen hat mit den weiblichen Stimmen wir sind jetzt bereits sehr 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 lange in dieser Folge drin fürchte ich deswegen versuche ich jetzt mal so die weitere Geschichte sehr schnell abzuhandeln sehr viel davon haben wir auch in anderen Folgen bereits ein bisschen adressiert so zum Beispiel ab 1870 wird Wyoming dann auch wirklich als großes Gebiet für die Rinderzucht interessant in der Folge in den beiden Folgen zur Open Range haben wir sehr viel dazu behandelt das führt dazu dass 1880 einige durch die Rinderzucht sehr reich gewordene Rinderbarone die in der Zeit also wirklich dadurch entsteht der Begriff Rinderbaron den sogenannten Cactus Club in Cheyenne etablieren und wie wir in der Folge mit der Open Range auch hatten einige dieser Rinderbarone waren auch waschechte Barone also britische Adlige haben die Rinderzucht in Wyoming als großes Investment gesehen denn da war ja so viel freies Land also es war ewig viel Fläche ich habe hier so Erhebungen im Jahr 1882 gibt es offiziell bei der Steuer vermeldet 476.274 Rinder in einem Gesamtwert von damals 7 Millionen US-Dollar von damals 7 Millionen US-Dollar wir wissen ja wie die Inflation zugeschlagen hat seitdem nach heutigen Maßstäben die Zahl ist groß Moment 215 Millionen 860.000 Dollar ok und der Kinscher ist also Historiker gehen davon aus dass die Rinderbarone weil sie ja nicht viel Steuern zahlen weil wer reich ist zahlt ja nicht gern Steuer die die Nummern viel niedriger angegeben haben vermutlich waren mehr als doppelt so viele Rinder tatsächlich auf den Weiden von Wyoming also auf der Open Range von Wyoming wohlgemerkt wir haben also wahrscheinlich über 800.000 900.000 Rinder in Wyoming um 1880 rum während Wyoming um 1880 rum gerade mal 20.790 Einwohner hat ok also mehr Rindviecher als Menschen also zumindest mehr Vierbeinige Rindviecher als Zweibeinige sagen wir es mal so rum auf jeden Fall zwischen 1880 und 1900 sind 181 Livestock Companies in Wyoming gemeldet die ein Gesamtkapital von damals 94 Millionen US-Dollar haben ok wow wir reden hier also wirklich von fast 3 Milliarden US-Dollar Rinderzucht und dadurch ergibt sich eben dann auch dass als dann irgendwann mal eine Erhebung in Cheyenne gemacht wird 1880 hat Cheyenne 3000 Einwohner und 8 von diesen 3000 Einwohnern waren bereits für damalige Verhältnisse von 1880 Millionäre und die lassen sich es auch wirklich raushängen Cheyenne hat 3000 Einwohner aber es gibt 1882 bereits ein Opernhaus und Cheyenne ist eine der ersten Städte in den gesamten Vereinigten Staaten Cheyenne im gottverlassenen Wyoming ist eine der ersten Städte in den gesamten Vereinigten Staaten die elektrische Straßenbeleuchtung hat im Jahr 1883 ich meine du hattest mich schon bei Opernhaus weil das ist was was man im wilden Westen jetzt überhaupt nicht erwartet der Cactus Club oder auch eben später umbenannt in den Cheyenne Club wo die eben die großen Rinderzüchter sind die dann auch eben bestimmen wer alles Rinderzüchter sein darf und wer nicht also die machen da dann irgendwann mal sehr sehr großes Limit drauf wozu das führt der darf sich unsere Folge zum Johnson County wo er einmal näher zu Gemüte führt die wollen ja dann auch die Kultur raushängen lassen die wollen das dann natürlich auch zeigen im Jahr 1886 es gibt einen Historiker aus Wyoming T.A. Larson der schätzt für das Jahr 1886 gibt es bereits mehr als 1,5 Millionen Kopfrinder in Wyoming zu dem Zeitpunkt hat Wyoming irgendwas zwischen 20.000 und 60.000 Einwohner und 1886 1887 wir hatten es in der zweiten Folge der Open Range mit dem Niedergang schon kommt diese Zeit die auch als das große Sterben bezeichnet wird der Rindermarkt crasht ein extrem trockener Sommer gefolgt von extrem harten Winter und wir sprechen hier also trockener Sommer und harter Winter für Wyoming Verhältnisse führt zu einem gigantischen Sterben der Rinder auf der Open Range die Open Range geht zu Nieder und damit crasht auch die Wirtschaft in Wyoming erstmal sehr hart was dann dazu führt dass dann später die Rinderbarone hatten ja einen Deckel drauf für alles Rinderzucht betreiben darf und wer nicht und jetzt werden auch Teile der Open Range immer mehr eingezäunt gleichzeitig nimmt im Jahr 1884 auch die Migration nach Wyoming sehr zu getrieben von dem Homestead Act von 1862 den Timber Culture Act von 1872 und den Desert Land Act von 1877 wir haben es in unserer zweiten Präsidentenfolge ja sehr besprochen alle diese Gesetze sagten ja Leute die es in der Lage waren einen Strich Land von 60 Hektar zu bewirtschaften zu dieses Land einfach vielleicht für eine geringe Eintragungssumme zu erwerben und zu besitzen was sie natürlich sehr in einen Konflikt mit den Rinderbaronen vor Ort bringt diesen Konflikt sollte 1902 ein gewisser Owen Wister in einem Roman festhalten genannt The Virginian in dem er seine eigenen Erlebnisse in dieser Zeit in Wyoming niederhakt eine Ära die eben geprägt ist von Gewalt zwischen Siedlern und Rinderzüchtern zwischen Homesteaders auf der einen Seite und Schafzüchtern und zwischen den Rinderbaronen und ihren wirklich Horden von Hunderten von Cowboys die von ihnen bezahlt wurden auf der anderen Seite lustigerweise in Virginians werden die Rinderbarone und ihre Cowboys als die Noblen und Heerenleute und die Schafzüchter und die Homesteader als die Parasiten die quasi Land das andere schon vorher besitzt haben jetzt besetzen dargestellt aber dieses Bild sollte sich dann im Laufe der Jahrzehnte eigentlich komplett ins Gegenteil wandern vor allem auch in den Jahren danach als dann bekannt wird was die Rinderbarone sich alles geleistet haben unter anderem auch wir hatten es in der Folge mit den Sheepwars erwähnt ja eben diese ganzen Sheepwars die unter anderem am 2. April 1909 in den Spring Creek Raid gipfelten wo ein Rinderzüchter und einige seiner Cowboys drei Schafhirten überfallen haben zwei davon lebend in ihrem Schäferwagen verbrannt haben und tausende von Schafen in Abgründen in eine Schlucht getrieben und gekäuht und erschossen Wyoming sollte allerdings dieses Bild des Cowboy-Staats weiterhin tragen auch wenn es irgendwann mehr Schafe als Rinder in Wyoming gibt also 1909 sind die Menge an Schafen in Wyoming ungefähr 32 Millionen US-Dollar wert gemessen an der Gesamtmenge an Rindern in Wyoming die einen Wert von 26,2 Millionen US-Dollar besitzen Wyoming hatte zu diesem Zeitpunkt um 1910 rum ungefähr 7,3 Millionen Schafe aber nur noch etwa 960.000 Rinder also die der Staat hat quasi den Wandel vollzogen von einer Rinderhochburg zur Schafzuchthochburg aber es sollte sich trotzdem das Cowboy-Bild immer noch gut halten denn 1904 feiert in Wyoming etwas weiteres eine Premiere in Wyoming entsteht von den Gebrüdern Howard Alden und Willis Eaton die erste Dude Ranch in Sheridan Wyoming ist also damals auch als Guest Ranch bezeichnet eine Ranch die gleichzeitig also es ist ein Ranchbetrieb ein Rinderzuchtbetrieb der gleichzeitig auch als Touristenattraktion dient wer mal den Film City Slickers gesehen hat oh ja City Slickers spielt auf einer solchen Dude Ranch also Leute die eigentlich aus der Stadt kommen eigentlich verweichlichte Greenhorns und Tenderfuts können sich nämlich im Jahr 1904 Wyoming wurde am 10. Juli 1890 so im US-Staat gemacht die Frontier sozusagen gilt eigentlich ab 1893 so als geschlossen die Vereinigten Staaten sind von Küste an Küste besiedelt es gibt keine Landstriche von Hunderten von Meilen mehr wo weit und breit keine Zivilisation mehr ist der Westen ist sozusagen in Anführungsstrichen befriedet Indigene sind zunehmend in Reservate abgedrängt worden die immer kleiner geworden sind und nachdem also jetzt der Westen und auch das wilde Wyoming so friedlich geworden war kann man jetzt erstmals das als Touristenattraktion verpacken die Nostalgie des freien Cowboys auf der weiten Prärie verpackt in einen zweiwöchigen Urlaubsaufenthalt ja das klingt schon fast wie eine Persiflage des wilden Westens ist aber tatsächlich heute einer der großen Geschäftszweige von Wyoming also auch heute noch ja neben übrigens mittlerweile dem Bergbau ja der Bergbau war auch eigentlich auch dank der Eisenbahn schon immer ein großer Wirtschaftszweig von Wyoming da ja Eisen und Kohle für die Eisenbahn benötigt wurde was tatsächlich reichhaltig in Johnson County Albany County vorgefunden wurde tatsächlich und das ist eine sehr eine sehr gute Theorie die ich gehört habe wo wir wieder zum Frauenwahlrecht kommen es gab zwar auf einen auf acht Männer kam eine Frau in Wyoming die meisten Männer die in Wyoming waren waren entweder Cowboys auf einer Ranch und Saisonarbeiter oder waren mit der Eisenbahn in Wyoming oder waren Bergarbeiter die Kohle oder Eisenerz geschürft haben diese Leute waren meistens alleinstehende Männer die entweder ihre Familien an der Ostküste zurückgelassen haben um da rauszuziehen ins ferne Wyoming und Geld zu verdienen oder die tatsächlich alleinstehend waren und da rausgezogen haben weil es einer der einträglichsten Jobs in dieser Zeit war wo allerdings viel Bergbau betrieben wird wo viel Eisenbahn betrieben wird man kennt es aus Hell on Wheels oder dergleichen die wilden Eisenbahnstädte die da mitkommen da ist auch meistens Prostitution nicht fern es entstehen also tatsächlich sehr viele Freudenhäuser und allein in Laramie City um 1872 werden irgendwie vier Bordelle verbucht bei einer Stadt die weniger als 1500 Einwohner hat aber das Interessante ist naja was passiert ist diese Leute die ins ferne Wyoming gehen verdienen also ihr Geld von der Eisenbahngesellschaft von der Bergbaugesellschaft oder von dem Ranchbetreiber es gibt aber weit und breit nur sehr sehr wenige Orte wo sie dieses Geld auch tatsächlich ausgeben können es gibt zwei oder drei große Städte es gibt South Pass City Laramie City und Cheyenne und dort gibt es wenige Geschäfte aber zumindest im Verhältnis viele Freudenhäuser das heißt also diese jungen alleinstehenden oder fern von jeder Frau lebenden Männer geben ihr Geld überwiegend dort in den Bordellen oder in den Saloons mit vielen Tanz- und Animierdamen aus das heißt also dass ein Großteil des Geldes das diese Leute verdienen landet in den Händen der wenigen Frauen die vielleicht einem vergleichsweise fragwürdigen Gewerbe nachgehen aber die jetzt das ganze Geld haben und diese Frauen sind es nun die dieses Geld einsetzen um tatsächlich auch das kulturelle Leben in Wyoming zu beleben diese Frauen nehmen das Geld und bauen einen General Store diese Frauen nehmen das Geld und sorgen dafür dass eben diese fünf Kirchen fünf verschiedenen Glaubensrichtungen in Laramie City auch wirklich gebaut werden dass auch wirklich Pfarrer nach Laramie und in diese Orte kommen also es sind überwiegend diese Frauen die dafür sorgen dass überhaupt Zivilisation nach Wyoming kommt also von dem Chayenne Club einmal abgesehen der den reichen Rinderbaronen vorbehalten war ja dementsprechend ist es dann auch nachvollziehbar dass also dass es auch sehr viele Frauen gegeben haben die sehr nachhaltig dann auch am Frauenrein alle recht festgehalten haben interessanterweise Wyoming sollte auch der erste Bundesstaat der Vereinigten Staaten sein der eine Frau als Gouverneur hat nämlich am 4. November 1924 wird Nellie Davis Ross als ihr Ehemann der 13. Gouverneur von Wyoming im Amt verstarb vom Kongress als sein Nachfolger formell eingesetzt und sie wird als 14. Gouverneur von Wyoming von 1925 bis 1927 diesen Staat quasi ja regieren okay wow das ist also Wyoming okay Wyoming der große Cowboystaat auch heute noch einer der ganz ganz großen Cowboystaaten und also wer einmal das echte Leben auf einer echten Ranch erleben möchte Wyoming hat diverse sogenannte Dude Ranches auf der man das erleben kann und die älteste davon ist tatsächlich über 120 Jahre alt hätte ich jetzt nicht gedacht und wenn ihr nicht die Zeit habt nach Wyoming zu fahren für eine Dude Ranch könnt ihr euch immer noch Yellowstone angucken oder eben den wirklich wilden Westen Wildwestableger 1883 das stimmt ja übrigens auch ein toller Western Film Kategorie Filmfilm es gibt auch diesen Film eine tolle Western Komödie Cat Baloo irgendwo in Wyoming kann ich sehr empfehlen so Screwball Komödie trifft Western über eine School Mom die zur Outlaw Königin wird in Wyoming sehr lustiger Film kann ich sehr empfehlen Sibi du musst noch verraten welches Videospiel das war The Oregon Trail The Oregon Trail eines der großen Computerspiele die in den 70ern entstanden sind und auch heute noch aufgelegt werden und wer auf einer amerikanischen Highschool war und auf einer amerikanischen Highschool einmal den Computerraum betreten durfte um im Geschichtsunterricht mal ein bisschen was am Computer rum zu tun der hat mit Sicherheit in seinem Leben einmal die Oregon Trail gespielt also in Europa relativ unbekannt in den USA gibt es also wenn wenn man in den USA mal in seinem Leben nur ein Computerspiel gespielt hat war es wahrscheinlich die Oregon Trail aber zum Oregon Trail kann man ja auch mal eine eigene Folge machen das ist eine spannende Angelegenheit der taucht ja auch immer wieder auf der taucht ja auch schon in der Eisenbahnfolge auf der taucht jetzt wieder auf und wir haben in dieser Folge wir sind schon wieder deutlich über einer Stunde aber wir haben in dieser Folge einige Sachen nur am Rande berühren können für die diversen Indigenenkonflikte die in Wyoming sich zugetragen haben könnte man gerade eine eigene Folge widmen das stimmt wenn es euch gefallen hat schreibt uns eine E-Mail an westernunchained at jima.com wenn euch was nicht gefallen hat oder einen Fehler entdeckt habt könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben und wenn es euch besonders gut gefallen hat und ihr die mittlerweile reichlichen Hinweise auf Bonusinhalte schon gehört habt könnt ihr uns auch auf Ko-Fi unterstützen regelmäßige Unterstützer bekommen zusätzliche Bonusinhalte präsentiert die wir zusammenstellen als Dingen die in unseren mittlerweile immer längeren Wänden folgen einfach keinen Platz haben alternativ könnt ihr auch unseren Blog lesen Sibi wie ist die Adresse? die Adresse für den Blog ist westernunchained.blogspot.com analog zu der Adresse auf der ihr auch auf unserem Podcast finden könnt also unsere Homepage westernunchained.podbean.com dort werde ich immer Zeitungsartikel aus dem Wilden Westen also die ich aus Zeitungen zum Wilden Westen gefunden habe posten unter anderem findet ihr zum Beispiel dort auch diese mehrere Exemplare dieses wunderbaren Loblieds auf Wyoming und Laramie City das da im Laramie Daily Sentinel abgedruckt wurde schaut euch das bei Gelegenheit mal an es ist köstlich gut und Sibi was machen wir denn beim nächsten Mal? beim nächsten Mal ich hab mal wieder in den Kalender geguckt und die nächste Folge kommt raus am 28. Oktober da wir ja in erster Linie mit amerikanischer Folklore zu tun haben der 28. Oktober ist sehr nah an einem gewissen quasi Feiertag der vor allem in den USA sehr populär wird aber wenn ich mir die Kinder die verkleidet bei uns um die Türen ziehe nur um diesen Tag um dieses Datum rum glaube ich wird der auch bei uns sehr populär ich glaube du weißt an welchem Tag ich rede ja natürlich wir sprechen vom Vorabend von Allerheiligen in den USA gefeiert als Halloween genau und auch wenn vielleicht Halloween im wilden Westen selbst noch kein so ein gefeierter Tag war eigentlich überhaupt nicht das kann ich gleich mal vorne wegnehmen dachte ich mir nachdem unsere erste April Folge auch so viel Zuspruch gefunden hat dass wir diesen quasi Feiertag einmal zum Anlass nehmen und einmal auch mehr wieder in die Mythen des wilden Westens eintauchen und die etwas schaurige Seite des wilden Westens erzählen oh ja wir reden also über Spuk und Schauergeschichten und Geistererscheinungen und andere mysteriöse Wesen und Orte des wilden Westens sehr schön oder wie ich ihn auch in dem Kontext erwähnt finde the weird West ja dann bin ich gespannt dann einen schönen Abend schönen Morgen schönen Tag wann ihr das hört bleibt fest im Sattel Muchachos und Muchachas wir werden eine weitere Expedition in die etwas merkwürdigeren Gefilde des wilden Westens beim nächsten Mal machen adios und ciao musik musik Vielen Dank.